Heute kommt der motherfucking Vlog von dem motherfucking Sametinho, oh 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 Opa! Leute, erinnern sich die beiden? Was ist das mit Käse? Mit zu Brot? Nein, nein, ich hab auch Brot. Mit zu Brot, Ding. Ohne Gemüse, Brot. Warte mal, tut da eine Pommes in den Salat rein? Ja. Ihr habt die Döner? Nein, Brot. Das ist halt eine Dönerbude, aber die haben keinen Döner. Ich möchte ein Wasser, bitte. Ich möchte ein Wasser, bitte. So Leute, ich muss einmal kurz aus dem Raum gehen, weil... Ich fuß muss, um das keiner hören soll. Der Vlog wird cool, Leute, vertraut mir. Ich geh jetzt zu irgendwelchen Malern jetzt. Die malen hier gerade. Ich nehm die als Hopps. Ich tu so, als würde ich reden, aber ich rede nicht. Also ich nuschle einfach. Falls uns unsere gemachte Finges im Hashtafat sind so? Ja, Bombe. Alles Bombe. Was würdest du von einem Hashtafat Gesimmerer Energy finden? Oh, der Legendary. Der Legendary? Ja, Legendary. Legend, Legend. Und wir bringen ja bald eine gemachte Finges in Hashtafat eine IC-Sorte raus. Dann muss ich probieren, aber hört sich gut an. Dankeschön, Bro. Ich danke dir. Ab und zu musst du sich beschen. Jetzt mal eine Frage jetzt, ne? Ja. Was hättest du von V-Bro Gesimmerer Edition? Was für eine Edition? Gesimmerer Edition. Boah, Bruder, das wird eine Baba Edition. Hashtafat Edition. Was? Was? Amla, darf ich noch was ran? Also wir spekulieren gerade nach einer Sorte. Und zwar die Hashtafat Edition. Die was? Die Hashtafat Edition. So, Gök, ich habe eine Frage auch an dich. Sag mal. Was würdest du von einer Hashtafat Edition finden? Was würdest du von einer Hashtafat Edition finden? Was würdest du von einer Hashtafat Edition finden? Hastler? Hashtafat Edition. Was ist das dann? Du weißt doch, diese ähm... Hastafat. Was ist Hastafat? Bitte? Kennst du die Früchte nicht von gemachte Fingen, wo Hassverfahren aufgewachsen? Nein. Wir haben gerade mit den Jungs geredet, ne? Ja. Die sagen alle Hashtafat Edition. Wie bitte? Die Früchte, die aus gemachte Fingen kommen. Was würdest du davon halten, Bruder? Junge, nimm mal... Nimm mal... Wenn du redest, bevor ich dich... Was für ein was? Hastafat Früchte, Bruder. Hastafat? Ja. Bruder, die kommen aus dem Land, ähm... gemachte Fingen und die wachsen da auf den Bäumen. Boah, du kannst gar nicht verarschen, ne? Die Leute fragen nach Hashtafat Edition. Nach was? Hashtafat Edition. Ich schwöre, ich habe keine Ahnung, wo du redest. Hashtafat Edition. Hashtafat. Mit F, mit F. Du willst mich auf den Arm nehmen, ne? Jo, ich gehe mal zu den Lagermitarbeitern. Wie filmest die Motherfucker aus dem Lager, einfach so ohne Grund? Was laberst du Lager? Nee, Bruder. Hallo, Frau Bruder. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott. Dieses iPad funktioniert nicht mehr so richtig. Kannst du mal bitte reparieren, Bruder? Was schon reparieren? Ich rechts hier immer so, dass alles stehen kann. Ja. Laura, die Leute wollen Hashtafat Edition. Was? Hashtafat Edition. Das gibt's ja jetzt schon wieder. Wir fragen immer noch nach Hashtafat Edition. Aber am besten finde ich die Geschmacksworte Schnase. Schnase? Schnase Edition, Bro. Das war's auf jeden Fall mit dem Vlog, Leute. Dankeschön, dass du zugeschaut habt. Und mein Kollege hat noch was zu sagen. Wenn euch der Vlog gefallen hat, dann liked und kommentiert. Leute. Danke. Ich meine Freunde. Danke. Vielen Dank.